Land, wo er es dann auch an Land verspeist. Denn jede Eule hat ein sehr weiches Federkleid und jede Feder ist am Ende auch noch ausgefranst. Das ermöglicht ihnen lautlos zu fliegen. In der Gruppe können sie in den Künstlern ihre Leben und sie gehen auch alle zusammen auf die Jagd. Die Aufgabe betraut, das Weibliche und die Jungtiere mit Nahrung zu versorgen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir der Julia die Haube abnehmen. Sie startet sofort mit ihren Attacken. Darum schicken wir auch noch den Romeo dazu hinaus. Am Anfang fliegen sie meist noch sehr weit nach draußen. Irgendwann wird aber hier immer schneller hereingekommen, um hier auch Druck und Stress auszuhüben. Denn sie wissen ganz genau, unter Druck und auch unter Stress macht jedes Lebewesen einen Fehler. Und auf genau so einen Fehler warten dann auch unsere beiden Landerfalken. Haben wir beschlossen, bleiben wir das erste Mal bei uns an Greifflügel. Ja, unsere Landerfalken, beide wieder hier auf der Anlage angekommen. Unsere Julia versucht hier zu uns weichen und aus den Kappanzen. Denn ich kann Ihnen ganz sicher versichern, danke schön. Ja, unsere Falken, sie rechnen nicht mit der Reaktion. Man hört sie nicht und sieht sie nicht. Also wirklich der perfekte Jäger für den Tag. Dann schauen Sie mal genau auf seinen Kopf und vor allem auf seinen Nasenlöcher. Also, ich will das jetzt auch mal auf den NDR. Ich bin mir da ja zu mir. Ja, die sind ja auch ein Schmerzen, aber ich bin mir da. Schmerzen, mir den Tag noch zu dir. Ich bin mir da auch schon mal auf den NDR. Ich bin mir da, weil ich mich so feststellt. Ich bin mir da noch auf einen Neuefalken. Ich bin mir da, dass die Darm층as-Nash-Nash-Nash-Nash-Nash-Nash-Nash-Nash-Nash-Nash-Nash-Dem-Intern Flow-Sat-Nash-Nash-Nash-TV-RI. Das war's für heute. Das sind Ruhm, das sind diese Ruhm hier. Das ist so, wenn ich die Kasse. Das ist die Kasse.